Servus liebe Leute, grüß euch hier auf YouTube, ich muss euch wieder weiterleiten, ja, ich leite euch weiter auf digitalerminuschronist.com, auf unserer Netzseite, da sind neue Videos erschienen, gar Wunder, Herz aller Liebst, da ist noch das, was auf YouTube auch erschienen ist, Hurra, danke Bayerisches Gesundheitsministerium für das tolle Wimmelbild, das ist aber nicht das Video, was ich meine, ja, es kommt jetzt ganz oben Neues hin, demnächst, wenn ihr darauf geht, ist es schon da und dann könnt ihr euch das zu Gemüte führen, außerhalb von YouTube, weil Frau YouTube würde dieses Video nicht durchrutschen lassen, das glaube ich einfach mal nicht, ja, und deswegen lassen wir das einfach und machen das Ankündigungsvideo, danke für eure Geduld, für eure Treue und dass ihr wirklich den, den Irrsinn hier auch bei uns in dem Sinn mitmacht, dass wir ausweichen und hier, uns hier irgendwie durchlavieren, ja, ohne jetzt größeren Schaden zu nehmen, aber dennoch Reichweite zu generieren, das ist irgendwie auch nicht das, was ich mir vorgestellt habe, als ich bei YouTube anfing, aber die Umstände zwingen einen dazu und dann muss man sich, muss man das Bestmögliche daraus machen und das probieren wir und wir danken euch, liken, teilen, abonnieren, kommentieren, vielen Dank ihr Lieben und geht auf unsere Netzseite digitaler-chronist.com, da sind alle weiteren Infos für euch und vor allem auch das heutige neue Video, was für YouTube gänzlich, also in toto ungeeignet ist, macht es gut ihr Lieben, danke, servus. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.